Moin Leute, wie angekündigt, jetzt wieder ein paar mehr Videos und wir befinden uns in einer Pokalwoche. Wir spielen gegen Paderborn. Natürlich macht die Journalie daraus, dass wir vor zwei Jahren im Elfmeterschießen gegen die Paderborner verloren haben und dementsprechend was gut zu machen haben auf eine Revanche sinnen. Ich glaube, Ole Werner hat das im Interview ganz gut zusammengefasst. Das, was vor zwei Jahren passiert ist, wird, glaube ich, in dem Spiel in dieser Woche in wenigen Köpfen eine Rolle spielen. Das Paderborner Team ist dazu sehr ausgetauscht. Bei Wälder sind natürlich noch ein paar Jungs dabei, die damals auch so ein bisschen einen vor den Latz bekommen haben, wie in so vielen anderen Pokaljahren auch. Aber ich finde, dass die ersten Bundesliga-Wochen schon ein bisschen Hoffnung auf mehr gemacht haben. Und wir kommen ja jetzt auch ein Stück weit in diese Prämienregionen, wo auch jede neue Runde deutlich mehr Relevanz auch für Werner hat. Also knapp über 800.000 Euro bringt der Einzug in die dritte Runde. Bis zum Halbfinale werden die Prämien ja immer Stück für Stück verdoppelt. Im Finale gibt es dann vier noch was für einen Sieger und knapp unter drei für den Teilnehmer. Also das ist schon ein Batzen Geld, der Werner an der Stelle sehr hilft und dem man sich natürlich irgendwie annähern möchte. Lass uns aber mal so ein bisschen auf das Spiel blicken und dabei möchte ich zuerst mal ein Stück auf die Paderborner gucken. Denn so ausgetauscht sie zu dem Team von vor zwei Jahren sind, so spannend ist das aktuelle Team. Und ohne Witz, ich finde ganz ehrlich, dass der SC Paderborn aktuell die vielleicht spannendste Mannschaft in der zweiten Liga ist. Und alleine beim Blick auf die Spieler, auf die Altersstruktur der Spieler, auf die Anlage, die das Team mitbringt, auf die Leistungen der Spieler, unter anderem halt eben auch der besagten jungen Spieler. Das ist schon alles sehr, sehr spannend von außen zu betrachten. Natürlich gibt es dann auch so einen alten Haudegen wie Sven Michel. Übrigens auch absolute verrückte Statistik, die er dieses Jahr hat. In den ersten neun Spielen kommt er nicht von der Bank, startet, trifft aber nicht. Und dann am zehnten Spieltag gegen den FC muss er dann das erste Mal zugucken, kommt dann von außen rein als Joker, trifft zweimal, dreht auch die Partie nach einem 0 zu 1 Rückstand gegen den FC. Hat dann also auch nochmal gezeigt, dass er das Tore schießen durchaus noch nicht verlernt hat. Aber die vor allem jungen, spannenden Spieler, die spielen noch auf anderen Positionen. Castaneda auf der 6, Ansa, der im offensiven Zentrum spielen kann oder auf der linken Seite. Ein Zehnter, der mit seinen 19 Jahren eine überragende Saison spielt. Bisher, ich glaube, fünf Score-Up-Punkte insgesamt, vier Vorlagen und ein Tor geschossen. Kommt aus der Augsburger Jugend, spielt einfach eine unfassbar wichtige Rolle, kommt über die linke Seite. Also einer mit dem wahrscheinlich dann Mitch Weiser, auch in Kombination mit Malatini. Sofern er denn diese rechte Innenverteidiger-Position behalten wird, es zu tun bekommen. Der ist nicht so einfach zu stoppen. Und diese ganzen Genannten, was ich daran so toll finde, so spannend finde, dass ich sie mir alle kurz- bis mittelfristig auch sehr, sehr gut bei uns vorstellen könnte. Weil es alle Spieler sind mit enorm viel Potenzial. Die aber auch in Liga 2 einfach schon wirklich mehr als nur andeuten, dass dieses Potenzial da ist. Dazu kommt dann in der Offensive noch ein Philipp Bilbia dazu, der auch wirklich gut trifft diese Saison. Ich wollte gerade schon sagen, ein bisschen erfahrener ist als die anderen, aber der Junge ist halt auch gerade mal 24. Vorher ja auch beim HSV kurz gewesen. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Truppe, die die Paderborner da zusammen haben. Und ich sage das jetzt auch nicht einfach nur, weil ich diesen Gegner irgendwie stärker reden möchte, als er ist. Werder geht als gut gestarteter Bundesligist als Favorit in das Spiel. Und ich möchte natürlich jetzt auch nicht präventiv dafür vorsorgen, falls Werder dann ein schlechtes DFB-Pokalspiel hinlegen sollte. Denn davon gab es auch in der Vergangenheit genug. Ich möchte da einfach nur ein Stück weit anerkennen, dass die Paderborner da gut gescoutet haben, dass es da wirklich eine gute mannschaftliche Zusammenstellung gegeben hat. Dass das, was sich der Trainer vorstellt, was sich der Verein vorstellt, auch gut auf den Platz übertragen wird aktuell. Und dass es halt eben wirklich eines der stärksten Teams aus der zweiten Liga ist, gegen das man aktuell spielen kann. Und das ist dementsprechend auch alles andere als ein Selbstläufer, im Pokal sowieso. Und ich glaube, da darf man schon so ein Stück weit bis hier in den Hut ziehen, vor dem, was die Paderborner da geleistet haben. Ein Blick natürlich auch ein Stück weit auf uns. Ich glaube nicht, dass es so viele Veränderungen geben wird zum Spiel in der Bundesliga, jetzt zuletzt gegen Leverkusen. Die Leute haben es auch gut gemacht. Das wird dann wahrscheinlich auch ein Stück weit die Belohnung dafür sein, dass es auch das gute Ergebnis gegen die Leverkusener gab. Thema Schonung im Pokal eigentlich echt keine Rede. Auch nicht, wenn du gegen den Zweitligisten spielst. Dafür ist es auch zu wichtig. Dafür ist es Weiterkommen, auch für ein Team wie Werder oder das Erreichen der späteren Runden finanziell eben auch relevant. Dementsprechend wird man da und sollte man da auch nicht viel ändern. Ich glaube, ein Inginma kann vielleicht ein bisschen mehr Einsatzminuten bekommen. Aber wenn Ole Werner sagt, er ist noch nicht bei 100 Prozent, Grill das zuletzt auch gut gemacht hat, dann musst du dieses Risiko auch noch nicht eingehen und kannst ihn dann vielleicht gegen etwas müder werdende Paderborner hinten raus wieder bringen. Dann gibt es ihm 30, 35 Minuten oder so in dem Spiel. Auch einen Keke Top kann man da länger bringen. Ich finde ja sowieso, dass Keke Top, auch wenn er immer so ein bisschen gesagt wird, er hätte noch nicht so diese Robustheit oder diese Physis für die Bundesliga, dass er eigentlich genau das schon in einigen Situationen relativ abgezockt mitgebracht hat und gezeigt hat. Hat ja auch schon in der ersten DFB-Pokalrunde ordentlich für Furore gesorgt. Also auch ihn kann ich mir da ein bisschen länger vorstellen. Ansonsten glaube ich, wird es keine allzu großen Überraschungen geben. Werder wird sich natürlich daran messen lassen müssen am Ende des Spiels, wie es dann auch gegen so ein Team ausgeht, aber wie man auch in so einem Team oder in so einem Spiel auftritt. Es ist ja auch das eine, diese guten Leistungen, aber jetzt auch mittlerweile guten Ergebnisse gegen die Teams, wo man sowieso motiviert ist, zu erreichen. Jetzt geht es natürlich vor allen Dingen darum, in Spielen, wo man als Favorit auftritt, dieser Rolle eben auch gerecht zu werden. Das, was man in Ansätzen schon zeigt, weiterhin zu bestätigen, sodass man auch wirklich von außen irgendwann mal sagen kann, hey, Werder hat vielleicht doch einen etwas größeren Schritt gemacht, als man hätte denken können. Und dafür ist das Spiel jetzt im DFB-Pokal, finde ich, schon auch ein Stück weit ein Gradmesser und deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf, wie das laufen wird. Was glaubt ihr, wie es laufen wird? Wie wird Paderborn agieren? Wie findet ihr überhaupt die Paderborner? Habt ihr euch die mal angeguckt in der zweiten Liga oder habt ihr es jetzt mal vor? Falls nicht, ich kann es euch wirklich nur sehr ans Herz legen, euch auch mal Spiele von denen anzugucken. Zweite Liga seit Jahren ja ohnehin auch aus traditionsbewusster Fansicht ohnehin eigentlich sehr, sehr viele Schmankerl mit dabei. Jetzt nicht unbedingt immer auf fußballerischem Niveau, aber alles, was drumherum zum Vereinsleben oder zu den Vereinen gehört, ist schon in der zweiten Liga echt groß. Aber ich will auch gar nicht zu sehr ausschweifen. Wir schnacken in den Kommentaren zu dem, was eure Gefühlslage ist zu dem Spiel und dann würde ich sagen, Leute, wir gucken uns das Spiel an, hoffen auf den Sieg, reingehauen, Leute und ciao!